Hallo, ich heiße Silvana Wojner, bin 20 Jahre alt, komme aus dem schönen Land Niederösterreich. Meine Hobbys sind Freunde treffen, ins Fitnessstudio gehen, schwimmen, kochen. Du rückst noch aus dem letzten Jahr. Genau, das stimmt. Ich habe selber nicht mehr damit gerechnet, dass ich die Chance nochmal bekomme. Warum solltest du Miss Austria werden? Weil ich die Reife dazu habe, weil ich das Selbstbewusstsein habe und es mir sicher auch Spaß macht, mir macht es Spaß vor der Kamera zu stehen. Ich arbeite bei einem Filmproduktionsunternehmen, also nicht nur hinter der Kamera, es ist spannend, sondern auch vor der Kamera. Was machst du dort bei der Filmproduktion? Ich bin beim Dreh dabei, beim Schnitt dabei und wenn gerade nichts zum Schneiden und zum Drehen ist, dann bin ich auch im Büro tätig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. örnei Här dr … Vielen Dank.